Am 27.11.2022 gegen 17.42 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer die Dengler Straße in Bonn. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die U-Land-Straße. In diesem mit Tempo 30 beschränkten Bereich ist die Vorfahrtsregelung rechts vor links gültig. Im Bereich der Kreuzung, die für die U-Land-Straße in diesem Fall vorfahrtsberechtigt ist, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 45-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. In dem Unfallbereich wurden aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kurzfristige Sperrmaßnahmen erforderlich.